Generator jetzt in Betrieb Hä? Aber der ist doch aus Na wunderbar Jetzt haben wir die ganzen Viecher freigelassen Was auch immer das ist, die hat man ja bis jetzt nicht Ich frage mich Was hier passiert jetzt Und ob ich fortfinde, die richtige Waffe hierfür ist Weil ich irgendwie dauernd vorbeischieße Boah Komm, wechsel die Waffe So, hier können wir doch rein Aha So Ich benutze den Schalter Wer mal ein Audio-Log wäre mal interessant So ein Tagebuch Eintrag oder so Was macht er? Er hängt am Schalter und schafft es nicht Boah, die Musik ey Sicherheitshebel zu ziehen Oh, wieder Glitzer Oder Staub Sind aber auch flink die kleinen Biester Da hatte ich gerade nachgeladen Und dann nachladen wollen Gut, dann machen wir das jetzt schnell Bevor das nächste Gegner Viech kommt Oh, da haben wir wieder teilweise Einen Hut Marshall Scorch Hä? Was ist das jetzt? Irgendwie Ich dachte da kommt noch ein bisschen Aufklärung oder so Aber vielleicht erst wenn wir wieder in der Base sind Nö, wir sind immer noch hier Die gruselige Musik hat aufgehört Oh Nein Boah, die mich erschreckt ey Meine Güte Warum kann ich denn Warum wird denn das angezeigt? Ich kann da nicht hin Koronisch Mitte, hier Peyton Hören Sie mich? Alles von diesen Tagen Beende die Kont- Ach, Bettina Meine Güte ey Was ist denn heute los mit mir? Gut, dann machen wir das auch Wenn er das gerne möchte Werkstatt gesperrt Abgeschlossen Es muss eine Entriegelung geben Könnte man annehmen Oh, hier Ist alles irgendwie recht idiotensicher gebaut Also Hebel und Schalter zum einfach so drauf drücken Man musste nichts eingeben Man musste nichts großartig machen Einfach nur einen Knopf drücken Oder einen Schalter umlegen Das würde ich auch hinkriegen So So, nochmal kurz nachladen Dann nehme ich mir die Munition Kraftwerk wird betreten Hmm Scheinbar gehen wir jetzt immer tiefer da rein Da frage ich mich Ob man dann vielleicht die Person Du brauchst Beweise Jim Sonst wird dir niemand glauben Da haben sie so einen tollen Anzug Mit Wärme und Dämmung und Heizung Und da hast du nicht gesehen was da alles drin ist Aber keine Kamera Oh Ist ein Audio-Lock Schön Ich will eine Aufnahme hiervon Etwas ist hier los Und die Zentrale gibt mir nicht die Antworten die ich brauche Wenn das Grollen unter der Basis nur der Boden ist Der wegen der Mine in Bewegung ist Warum greifen die Akkreden dann aus vier verschiedenen Richtungen die Basis an? Da muss mir kein Forscher mehr sagen Dass jemand die anstachelt Das muss einfach aufhören Hmm Das war's dran Sehr seltsam das Ganze Ja vielleicht sehen wir auch die Personen die wir da am Anfang gesehen haben Vielleicht kommt die hier auch drin hervor Oder die stachelt die Akkreden an Was ist das da eigentlich? Oh ist schon wieder weg Okay Okay jetzt Boah Schweine Kann er doch nicht machen Oh Hier ist nochmal Schön schön So was kann ich gebrauchen Aber hier jetzt solche Viecher die irgendwo her springen eigentlich So was kann ich nicht unbedingt gebrauchen Oha Was zum tollen Oh der ballert sogar Was geht Hier nimm das Schade Die ballern und gehen in Deckung Was ist denn los? Was ist denn los? Hier verkomische Tiere Oh hier hab ich noch ein geschenk für euch Es leuchtet Ui Ja ist ja nice getroffen So lobe ich mir das So So Kann ich jetzt hier irgendwas tun? Nö Hier ist noch ein Toter Ein Toter Achso Das ist doch fast repariert gewesen Und die Musik ey Unfassbar Ist schon Oh Da ist mit der Finger abgerutscht Ach guck mal hier sind auch Schrubblinnen Ist schon ein bisschen Bisschen spannend gemacht hier Muss ich schon sagen Hierher bliebens Jawoll Ich hab gleich mal zwei erwischt Na jetzt muss ich da drunter durchkrabbeln Na prima Und das wo solche Krabbelviecher unterwegs sind Oh die Geräusche ey Oh Die Geräusche ey Oh Oh Shit man Ja genau Ja genau Ach Mal hier Das Wäre nicht so gut gegangen Nicht gut ausgegangen Oh 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 Der hätte uns jetzt prima angreifen können Oh 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 Boah Aus dem Weg mit dem scheiß Hä Muss ich hier rechts und links Hä Hä Woah Das war ja knapp Hä Hä Ach hier Ach hier Vielen Dank.